Stefania Küster genießt derzeit die sonnigen Tage auf Mallorca mit ihrer Familie in vollen Zügen. Vor kurzem veröffentlichte sie ein seltenes Foto mit ihrem Mann Martin Heidemann zum fünften Hochzeitstag. Sie ist einfach rundum happy mit ihm und den gemeinsamen Kindern Moe und Miller und Dieter Bohlens Sohn Maurice. Eine echte harmonische Patchwork-Familie. Und im Urlaub kann die Ex-Freundin von Dieter Bohlen auch mal von ihren Mama-Pflichten abschalten und einfach abtauchen. Auf Instagram zeigt sich die hübsche 38-Jährige jetzt als super sexy Meeresnickse. Die leichten Wellen des Mittelmeers trüben gerade noch so den vollen Blick auf ihr nur von einem knappen schwarzen Bikini bedeckten Körper. Die Dreifach-Mama präsentiert beim Baden ihren perfekten Körper. Dazu kommentiert sie ihre Instagram-Posts mit den Worten I love my island, my home Mallorca. Und der ein oder andere Follower wird auch diese sexy Schnappschüsse von ihr lieben.